Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Marcel Hirscher ist erneut Gesamt-Weltcup-Sieger, Urheberrecht, Getty Images, Marcel Hirscher schreibt Geschichte und holt zum achten Mal in Folge den Gesamt-Weltcup. Dafür muss er beim Riesenslalom aber nicht wirklich glänzen. Skirennläufer Marcel Hirscher hat fünf Rennen vor dem Saisonende zum achten Mal nacheinander den Gesamt-Weltcup gewonnen. Zwar könnte der Franzose Alexis Pinturault die 485-Punkte-Rückstand im Slalom am Sonntag in Kranschskagora, Slowenien sowie beim Finale in Solteu-Andorra, 13. bis 17. März theoretisch noch aufholen, der Franzose hat aber bereits angekündigt dort nicht am letzten Abfahrtsrennen in diesem Winter teilnehmen zu wollen. Slalom-Weltmeister Hirscher reichte am Samstag im Riesenslalom von Kranschskagora zum Gewinn der großen Kristallkugel ein sechster Rang, schlechter war er in einem Riesenslalom zuletzt vor mehr als sechs Jahren. Es war nach dem neuerlichen Gewinn des Riesenslalom und des Slalom-Weltcups seine insgesamt 20. Kristallkugel, ein Rekord. Hirscher, schon gewaltig, was schon gewaltig ist, sind acht Gesamt-Weltcup-Siege, und das am Stück. Das ist eine lange Zeit. Volksschule und Hauptschule zusammen, jeden Tag zu performen. Das ist schon eine Leistung, auch vom ganzen Team, das alles tut, sagte er im ORF. Hirscher hatte auf weicher Piste am Podkoren 0,92 Sekunden Rückstand auf Weltmeister Henrik Christoffersen, Norwegen, der seinen zweiten Saisonsieg holte. Auf dem Podest standen zudem überraschend Christoffersens Landsmann Rasmus Windingstadt 0,24 und der Schweizer Marco Odermatt 0,56 Christoffersen mit Schulfreund auf Podest. Es ist wirklich super, ich kenne Rasmus seit wir sechs Jahre alt sind. Wir waren zusammen in der Schule, und jetzt gemeinsam am Podest, sagte Christoffersen. Der deutsche Skiverband, DSV, wird beim Finale im Riesenslalom durch Alexander Schmidt, Fischen, vertreten sein. Der Allgäuer, bei der WM in Aare vor gut drei Wochen guter Achter, belegte Rang 15 1,55 und qualifizierte sich als 24. Die Weltcup-Wertung gerade noch für das Finalrennen der besten 25. Fritz Opfer, Garmisch holte als 25. 2,30 ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Der Allgäuer, bei der WM in Aare vor gut drei Wochen guter Achter, belegte Rang 15 1,55 und qualifizierte sich als 25.